Okay, es war einmal, es war einmal, weit, weit weg, ein Planet, das ist der Planet, okay? Der Planet hieß Ischua, das war der Name des Planeten, okay? Und die Personen, die auf Ischua wohnten, die Personen, die auf Ischua wohnten, waren die Ischua. Die Ischua waren die Bewohner, die Bewohner von Ischua. Okay, Ischua hatte ein Problem, Ischua hatte ein Problem, was ist Problem? Problem, ja. Ischua hatte ein Problem, Ischua war ein Planet ohne Regeln, ja? Es gab keinen Regeln auf Ischua. Was bedeutet das auf Englisch? The Had No Regen. Ja, ach nein, ach nein. Sie hatten keinen Regeln. So, der Titel, der Titel dieser Geschichte, der Titel dieser Geschichte ist der Planet ohne Regeln. So, der Planet ohne Regeln. Okay? Check. Richard, Pause mit dir. Ja? Okay. So, aus den Planeten Ischua. Ja? War es zu heiß und zu trocken. Okay? Es war zu heiß und zu trocken. Oh, was ist trocken? Ja. Ja, gut. So, es war zu trocken und die Ernte, die Ernte drohte zu vertrocknen. Das ist die Ernte. Ernte? Ernte. Was ist Ernte? The crops. Ja, for the harvest. The crops, gut. Ja? Die Ernte war tot. Oh. Mir war tot. Ja, das ist nicht gut. Das wäre eine Katastrophe. Denn die Ischua würden verhungern und verdursten. Verhungern und verdursten. Was ist verhungern und verdursten? The people weren't hungry and thirsty. Yes. Good. So, verhungern und verdursten means hungry and thirsty. Verhungern und verdursten means that they would die of hunger and thirst. Ach nein! Ja, das ist nicht gut. Ach nein! Gut. Ach nein. Ach nein. Okay. Der Präsident der Ischua war sehr besorgt. Der Präsident der Ischua war sehr besorgt. Warum war er besorgt? Ori. Ja, warum? Ja, es gibt keine Regen und die Ernte ist tot. Und die... Ja, das ist nicht gut. Ach nein. Ach nein! Okay? So, er sagte, wir brauchen eine rettende Idee. Wir brauchen eine rettende Idee. We need a saving idea, idea that will save us all. Ja? Ja. Aber niemand, keine Person hatte eine rettende Idee. Ja? Ja? Ja, die Wissenschaftler. Ja? Ja, die Wissenschaftler... Seine Berater hatten keine Idee. Es war nicht gut. Der Planet war dem Untergang geweiht, dem Untergang geweiht. Was bedeutet das? Desinterviewt. Ja, desinterviewt. Ach nein. Warum war der Planet im Untergang geweiht? Ja. Keine Reden, keine Ernte, keine Idee. Ach nein. Ach nein. Okay, die Iskura suchten Wasser. Sie suchten Wasser. Sie gruben tiefe Brunnen. Ja, sie gruben. Das ist die Erde. Und sie gruben Brunnen. Ja. Was ist ein Brunnen? Ja. Das war das. Tiefe Brunnen. Und sie nahmen den Schnee von den Bergen. Ja. Ja. Das sind die Berge. Und sie nahmen den Schnee von den Bergen. Und sie kochten, sie kochten, sie kochten, sie kochten Pflanzen. Nein. Was ist kochen? Aha, der guckt. Was? Ja. Ja. Für Wasser. Zum Trinken. Gut. Gut. Der Planet war dem Untergang geweiht. Der Planet war dem Untergang geweiht. Es war nicht gut. Es war nicht gut. Okay. Eines Tages. Ein junger Iskura namens Elos. Das ist der junger Iskura namens Elos. Dachte. Er dachte. Was ist dachte? Aha. Bald bin ich tot. Gut. Sag mir. Ja. Soon or be dead. Ja. Ich will noch mal etwas erleben. I want to experience something before I die. Ja? Ja. Er fand ein paar Feuerwerkspaketen. Was sind Raketen? Fireworks. Ja. Er wollte sie schießen. Er wollte sie schießen. Denn er wollte. Er wollte. Was ist er wollte? Was ist er wollte? Wanted? He wanted. Er wollte farben im Himmelsee. Okay. He wanted to see what? Power. 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 He wanted to see what? Power. So er ging nach draußen und er schoss eine Feuerwerkspakete ab. Ja? Und sie flog höher und höher und höher. Okay? Sie flog höher und höher und höher. Am Horizont war ein Komet. Was ist ein Komet? Was ist ein Komet? Ja. Ein Komet. Ja. Ein Komet. Ein Komet. Und ein Komet hat Schnee und Eis. Ja? Ein Komet hat Schnee und Eis. So was bedeutet ein Komet hat Schnee und Eis? Die Feuerwerksrakete traf den Komet und der Komet explodierte. Der Komet explodierte und Schnee und Eis fiel auf dem verletzten Eisburg. Es fing an zu regnen. Es fing an zu regnen. Das Eis schmolzte und es wurde Regen. Sie landeten auf der Planetenoberfläche. Und endlich gab es wieder Wasser auf dem Meer. Und endlich gab es Wasser. Das Ende. Ist das gut? Das ist gut. Das Ende. Das Ende. Das Ende. Das Ende.